Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Gilde, wo der Horchposten gerade fertig ist. Oder der Holzposten, was auch immer. Ich weiß es nicht. Ich leite den Betrieb selbst, das ist schön. Ich habe jetzt wieder genügend Geld, das ist auch schön. Was mache ich mit dem Geld jetzt? Was wollte ich denn damit machen? Die bauen hier alle, Meno, ich will auch was bauen. Ich will auch was bauen, verdammter Mist. So, ähm, ach, ich wollte was kaufen, genau. Toll, cool, rapier, komm, rapiere, kauf mal. Leider nicht genügend Taler. Oh, dann nicht. Leider nur zwei. Was hat da gerade Bumm gemacht? Irgendwas ist da gerade in die Luft gegangen, hatte ich. Das Gefühl hat irgendwas, irgendwas ist da gerade explodiert. Hat da jemand einen Kanonenturm? So, hier die ganzen Erweiterungen, sehr schön, sehr schön. Hat jemand etwa einen Kanonenturm? Oder was geht hier? Was wird hier für ein Haus gebaut für ein Riesenteil? Boah, nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da werden wir mal sehen, wie wir uns hier dann noch weiter ausbauen können. Es ist ja leider nicht mehr wirklich viel Platz hier. Das ist natürlich ärgerlich. Ah, der Karren ist angekommen. Schnell, 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 schnell. Oh, ihr seid da. Oh, Sigma. Ausbrieffapier. Super. So, komm, Sigma. Du wirst befördert. Boah, das Doppelte. Na, komm. Egal. Sigma und Amadeus geht mal schön klauen. So, dann spulen wir ein bisschen vor. Oder wollte ich irgendwas machen? Nee, ich wollte, glaube ich, nichts machen. Wir spulen ein bisschen vor. Bis halb. Und dann können die letzten drei auch nochmal ein Geld-Clown geben. Bitte? Wieso ist das eines Diebes nicht würdig? Hallo? Aber sicher. Aber Sichi. Ja, aber Sichi ist das eines Diebes würdig. Ah, da steht sogar, wie viel das ist. Super. Das haben auf jeden Fall alle, alle haben es geschafft, zum, äh, zum, zum Clown noch zu gehen. Das finde ich gut. Oh. Minus, minus, minus. Oh, plus. Barvermögen, was? Minus 233, das ist auch nicht schön. Das ist auch nicht schön. Oh, jetzt werde ich gewählt. Jetzt aber. Kommt, Leute. Ich bin für die Sicherheit verantwortlich. Ich bin für die Vergabe zu diesem Ehrenwerten stattfinden. Oh, so, da geht es noch gar nicht um mich. Es gibt vier Bewerber. So kann nicht um mich. Hm. Jojo, macht mal. Hm. Schön. Wichtig, Mann. Das ist los, entscheidend für dich, Mann. Schön, Karol Taller. Sehr gut. Es wird nun über die Vergabe zu dem Ehrenwerten Stadtscherkenamt beraten. Kommt. Kommt. Es gibt vier Bewerber. Ja. Entscheidet das los für... Ja. Ich bin ausgelost. Ich habe einen Job. Hey. Jetzt bin ich für die Sicherheit verantwortlich. Haha. Sehr gut. Okay. Der Rat lässt... Äh... Nee. Lädt dem Darob zu... Lässt dem Darob zufriedenen Folge verkünden. Jeder Bürgermeister soll von nun an auf seinen Dienstreisen möglichst wenige Diener mitnehmen, auf das er sich nicht auf Kosten der Stadt amüsiere. Außerdem werde der Lohn für alle Amtsinhaber drastisch heruntergesetzt. Ja, toll. Jetzt, wo ich einen Job habe. Ja, geil. Sechs Api haben wir. Geil. So, da kommen sie alle wieder. 1600, blablabla. Ja, ihr seid halt noch nicht so gut. Ach, wozu will ich Gardist oder Stadtschreiber werden? Ist doch spitzenmäßig hier. So ist noch keiner wieder da. Okay. Ihr müsstet dann sowieso erstmal wieder trainieren. Kalus und sowas. Kampf? Soll ich euch Kampf trainieren lassen? Lagerraum, ne? Lagerraum. So, nehmt es von den Dreichen. Hier geht mal alle schön klauen. Alle schön klauen gehen. Bitteschön. Aha. Der kaiserliche Herold verkündet, in unserer unendlichen Gnade haben wir entschieden und verfügt, dass ihr von nun an den folgenden Titel tragen dürft. Patricia. Da bin ich doch aber sehr überrascht, muss ich sagen. Also da habe ich gerade vor meinem Bildschirm gesessen und habe gedacht, oh, ist ja herrlich. Ist ja herrlich. Das ist ja sehr herrlich sogar. Wunderbar. So, ist Hartmann wieder da. Hartmann, komm mal langsam zurück. Hier, komm mal an den Laden. Wo bist du denn? Stehst du hier vorm Eingang rum? Oder was soll das? Waldemar. Ich habe fast spitzelt in Hannelore Most. Ja, ist ja schön für dich. Ähm, Waldemar. 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 Was ist denn mit Hartmann? Wann kommt der Hartmann endlich wieder hier rum um die Ecke? Hm, steht da irgendwie rum und will nicht. Hm. Ach da, da ist er ja. Es wurde aber auch Zeit, dass du mal reinkommst. So, was haben wir jetzt hier? Ähm. Oh, Ronald Kellers Haus Ehrlichheim wurde in Brand gesetzt. Das wäre ganz am Unterhalt. Joa, dankeschön. So, jetzt muss ich aber erstmal hier meinen Titel Patz... 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 Patzri... Nee, nicht auf dem Amt bewerben. Ich habe ein Amt, das reicht mir. Patzri... Ja, ähm. Wo ging das? Strafgesetz? Wo ging das? Auf ein Amt bewerben? Nee. Ach, ich bin schon Patrizia. Oh, das heißt, ich muss über... Oh. Das schlägt bestimmt wieder auf mein Haus gleich über. Kann ich das... Darf ich das schon aufwerten? Ah, das ist ein Bürgerhaus. Ich habe leider nicht genügend Geld. Schade. Aber das werde ich bald tun an mir. Einkommensniveau ist niedrig. Dann werde ich erstmal mein Haus aufwerten. Oh, geil. Meistergrad 14.115. Okay, das ist in Ordnung. Dann gehen wir erstmal in den Zinterzimmer. Was können wir eigentlich? Sabotage. Höhöhöhöh. Höhöhöhöh. Nee, nee. Sabotage. Ach, oder? Na, irgendwo weit weg. Warte mal. Wer war dieses böse Wesen? Ähm. Amt nieerlegen? Absitzung beantragt. Amtseinkommen? Amtseinkommen. Für Amtseinkommen. Okay. Ähm. Ähm. Wer war so böse zu mir? Wer war das? Wer war es? Und wo finde ich das überhaupt gerade? Bei Nacht und Nebel verbessern? Nee, wo waren die denn? In der Stadtdiener und so. Ach, egal. Komm. Wir sabotieren einfach mal hier ein Haus. Nee, die Kirche. Bei Nacht und Nebel braucht man dafür. Nee, aber es ist mir zu teuer. Habe ich keine Lust mehr. Äh. Soll ich Nacht und Nebel mal verbessern? Für 6 AP. Was kann ich hier noch verbessern? Verhandlungsgeschick. Zudem werdet ihr erfolgreicher spekulieren. Ja, okay. Und zum Ahnchenpreisvorteil. Ich denke, das sollte auf jeden Fall drin sein. Das sollte ich machen. So, ähm. Ach. Ich... Ich habe immer noch nicht ausgeladen. Handy. Nein. Mein Handy will jetzt nicht. So, ich muss ja hier erstmal noch... Nicht sehr schön. Wo ist mein Wagen? Hm? Ach, da ist mein Wagen. So. Bitteschön. Dann fährst du wieder zum Markt drüber. Und wir rüsten unsere Rapiere aus. So, die kommen hier hin. So, zack. Und dann Rapiere für dich und für dich. Sehr schön. Ja, das sind auch die einzigen, die gerade da sind, ne? Giftdorch kannst du nicht nehmen. Ne, ist für diese eine leider nicht geeignet. Okay, okay. Dann halt nicht. So. Achso. Und euch kriegst du dann aber so lange wenigstens. Der Karren ist angekommen. Schnell dorthin. Gibt's ne Pistole? Gibt's ne Pistole? Natürlich nicht. Rapier gibt's auch nicht. Warum denn auch? Wieso sollten wir Rapiere oder sowas kriegen können? Äh. Wurst. So. Jetzt trainiert mal. Schneller. Ich hab noch nicht genügend Geld. Oh, da bauen auch schon wieder welche. Wenn du... Ah, kommen wieder welche zurück. Ah, Training ist fertig. Schnell dorthin. So, ähm. Was ist mit euch? Naja, also wirklich toll sieht das aber noch nicht aus, ne? Trainiert mal weiter. Ist gut. Ich weiß es jetzt. Danke. So. Aufenthaltsraum. Seid ihr wieder da? Nee. Oh, aber ich hab jetzt Geld. Ich hab jetzt Geld. Ich hab jetzt Geld. Optionen. Gebäude um eine Stufe aufwerten. Nur zu. Haha. Bald werde ich stolzer Besitzer eines Bürgerhauses sein. Jetzt kann ich mir zwar immer noch keine Tinktorei brauchen, aber naja, es macht ja nix, ne? Macht ja nix. Wie sieht's eigentlich aus hier? Antonia. Hallo, Antonia. Olfaktor. Olfaktorgesellen. Aha. Krankheiten und Wehwehchen. Oh Gott. Okay. Katharisch. Ich bin auch Katharisch. Ich bin der Meisterfeld. Und der Nachtwächter. Kampf müsste ich mal verbessern. Rhetorik vielleicht. Ah, ja, ja. Wer soll jetzt immer mit Krankheiten und Wehwehchen? So. Weiter. Gut. Jetzt muss aber langsam auch mal hier... Gratulation. Ihr habt eure Fähigkeiten im Talent verhören. Danke. Steigern können. Ja. Dankeschön. Dankeschön. So. Kommt. Kommen mal wieder welche ran oder wo seid ihr? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ach, da hinten alle. Sind die alle am rumkreuchen? Eine da. Eine hier. Eine da. Naja, okay. Gut. Komm, 17 Uhr. Leute. Komm mal langsam rein hier. Komm mal nach Hause. Wo seid ihr denn? Ach, da. Amadeus. Amadeus. Geht jetzt auch wieder klauen. So. Mal gucken, wann der nächste reinkommt. Hallo? 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 Na. Oder auch Zeit? Ich hab schon gedacht, du kommst gar nicht mehr hart, Mann. So. 20 Uhr. Ähm. Geh mal. Geh mal. Geh mal klauen. Man spielt euch übel mit. Schon wieder? Macht euch finsteren Drogen Angst? Zammert auf Schneider. Dich merke ich mir, du Aufschneider. Zammert auf Schneider nieder. Welch kriegt die nichts zu unternehmen bis 2000. Da warte mal ab. Du wirst schon sehen, was ich gegen dich übernehme, mein Unternehmen. Da warte mal ab, Freundchen. So. Bitteschön. Auf geht's, Leute. Auf. Achso. Gibt's mittlerweile auf Markt wieder Angebote. Oh. Fünf Pistolen. Ist abgeschlossen. Ah komm. Drei reichen auch. Ähm. Ähä. 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 Nach, es ist ein Aus. Nein, ich will doch noch Pistolen kaufen. Verdammter Mist. Okay. Taschendiefstahl, bla bla bla. Ich hab 611. Okay. Von mir aus. Wenn's sein muss. Hö? Was ging jetzt ab? Ach, ich darf mitwählen. Uh. Und über die Vergabe zu diesem ehrenwerten Stadtschergenamt beraten. Es gibt vier Bewerber. Kerstin Adala. Die Wahl ist entschieden. Also, Jonas Polter. Ja, das ist okay. Jonas Polter kann es gerne werden. Wenn diese komische Adala das geworden wäre, die hätte ich aber auseinandergepflückt. Oh, Anderorts im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Johannes Hus veröffentlicht seine Schrift De Ecclesia über die Kirche. Und er hört, er spricht der Kirchentradition jede Autorität ab, die nicht durch die Bibel belegt ist. Die Geistlichkeit ist meist entrüstet. Welche Folgen mag das haben? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt 7 AP. Sehr schön. Und es regnet. Sehr schön. So, alle wieder da. Danke. Super. 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 So. Bitteschön. Unterschlupf. Wo seid ihr? Wo seid ihr, meine Freunde? Wir sind noch alle unterwegs. 2000 Tal haben wir. So, kaufen wir mal ein bisschen. Ähm. Eine Pistole. Ja, komm. Eine reicht doch. Eine reicht doch erstmal. Können wir immer noch irgendwann holen. 937. Das ist aber alles noch nicht so der Hammer, ne? So, anbauen. Den Wachhund hätte ich jetzt gerne. Schutz vor Einbrühen und Entführungschance. Sehr schön. Was? Von hinterhertigen Räubern wird der überfallen. Scheiße. Ach, verdammt. Mist. Hätte ich mal eine Eskorte mitgeschickt. Na, da kann mein Wagen natürlich nichts gegen unternehmen. Ja, komm. Hätte ich nur eine Eskorte. Das klingt euch zufrieden. Wut im Brandschirm, bevor sie während sich die Räuber wieder zurücknimmt. Äh, okay. Scheiße. Kann passieren. Kann passieren. Sabotage. Kerstin Nadal. Das ist vernünftig. Ach so, das war die Bombe. Ha. Vernünftig. Danke für die Info. Es ist sehr schön, dass die kaputt gemacht wurde. So. Ihr drei geht. So. Ihr geht ein und ihr geht trainieren. Ihr drei. Ist der Plan. Ja. Kampf trainieren. Ist der Plan. Ja, mein Transport ist angekommen. Na, mal sehen, was da angekommen ist. Nichts natürlich. Ist ja logisch. So. Ziel. Marktplatz. Oh, nächstes Mal schicke ich wen mit von meiner Gruppe hier. Das ist ja wohl klar. Das ist ja wohl... Oh, es brennt schön. Ja. So. Wen können wir denn mal verprügeln? Reisebene. Wo ist denn die? Dynastie hier. Keller. Adala. So. Die machen wir platt. Die machen wir platt. Ah, ich hab Kampf nur einen Stern. Äh, nee, nee. Okay, dann lassen wir das. Dann lassen wir das. Ich muss Kampf verbessern. So, wie lange dauert das eigentlich noch hier? 37 Prozent erst. Oh. Hier ist die Hochzeit. Hier ist der Transport. Danke für die Info. Kirchen. Dingster, Wumster. Auf dem Marktplatz ist ein Künstler eingetroffen, um Gedichte verzeihen. Toll, was soll ich da mit? Menschlichen Laster und Gotteslaster rein. Ja, immer schön, immer schön. Nee, falsch. Hier. So. Komm, dann nehmen wir halt eine Pistole mit. Halt. Moment. Leichte Skorte, schwere Skorte. Komm. Sicher ist sicher. Wir müssen sowieso mindestens 100 Taler zahlen, wenn wir überfallen werden. Also können wir die 100 Taler auch so zahlen, falls wir überfallen werden. Echt da. Gibt's ja wohl nicht. So, 7 AP haben wir. Mit können wir irgendwas noch machen. Was machen wir damit noch? Ähm, 1415. Okay, das heißt, wir haben noch Zeit. Dann können wir nochmal Verhandlungsgeschick ver... Wieso hat sich das nicht verbessert? Hallo? Ist schon angekommen. Super. Super. Super, 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 super. Dann, bitteschön, einmal ausladen. Klick. Und dann kannst du wieder ohne Skorte zum Marktplatz zurückfahren. Dankeschön. So. Mit der Pistole. Du liegst den Dolch ab und du kriegst die Pistole. Null. So. Was ist das? So. Jetzt aber. Merkwürdig. Okay. So. Rapier. Ja, okay. Wir haben ja noch einiges da. Können wir alles. Ganz entspannt. Rügeln. So, Geld haben wir. Wir haben alles da. Das ist super. Hier wird noch ausgebaut. Wunderbar. Karin ist an. Marktplatz angekommen. Was gibt's hier eigentlich? Weingeist. Ui. Schleifziegel. Ui. Schiertafel. Schiefertafel. Aha. Ähm, hier war auch nur die Taverne. Na, die Schenke. Genau. Direkt um die Ecke. Sehr herrlich. Gehen wir mal in die Schenke rein. Allyschen. Ihr. Wenn ihr Ärger macht, dann findet ihr euch auf der Straße wieder. Willst du mich verarschen? Wenn du Ärger machst, findest du dich auf der Straße wieder. Aber nicht mehr lebendig, mein Freund. So, nee. Das war auch gar nicht. Ich wollte eigentlich die Hinterbälle. Alter, eine Villa? Ach du Schande. 34.000. Naja, warum nicht? Gottes Acker. So, ich will jetzt aber irgendwie eigentlich mal auf die 7.000 sparen. Und hier wird immer noch gebaut. Na, warum auch nicht? Los, komm. Laufzeit. Lauf. Schneller. Achso, habe ich überhaupt alle, äh, alle Leute auf Geld schicken? Ja, okay. Außer euch. Ist ja logisch. So, und dann werde ich mal, hihihihi, Richtung, der Wachhund. Okay. Über den zugefügt, ja. Ähm, ich werde euch dann, schnell dorthin, ne? Schnell dorthin. Das Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. Ihr müsst noch mehr Kampf trainieren. Noch mehr Kampf. Ja, ich meine jetzt, ich meine jetzt, dass ihr das trainieren müsst. Muss, muss sein. So, Leute sind auch wieder da. Bald. Trainieren wir mal ein bisschen. Lauft mal. Seid ihr bald zu Hause? Ich hoffe doch, dass ihr bald mal zu Hause seid. Schon wieder? Alter. Volle Merten. Sehr gut. Ach, ein wenig steigern, das heißt, in Wirklichkeit hat sie wieder nichts gemessert. Das kennen wir ja, ne? Oh doch, es hat sich ein bisschen was geeignet. Na gut. Ist ja schon mal ein bisschen was. Ist ja schon mal was. So, sind jetzt meine Leute mal wieder da? Oder wie, wie sehe ich das? Komm mal langsam anladen hier. Was haben wir hier? Ein wunderbarer Duft, immer. Oh. Verführende an Großinquisitorin Antonia Vogelweide. Was? Antonia ist doch meine Frau. Schon. Ach nee, das ist eine andere Antonia. Oh. Oh. Ist egal. Die will, die will, die will uns nur ausnehmen. Das ist alles, was die will. Die will uns nur ausnehmen. Das ist alles. So, du kommst auch bald zurück. Das ist ja schön. Oh, komm, Leute. Na bitte. Sehr schön. Das Training von meinen Schergen wurde abgeschlossen. Na komm, dann trainiert noch schnell mal den letzten Fitzel, Nacht und Nebel. Das ist ja auch nicht mehr so viel. Da habt ihr, braucht ihr nur noch einen halben Stern. Also insofern ist das ja ganz gut. So, und wir beenden dann gleich die Folge. Ich schicke die dann noch auf Wanderschaft und dann beenden wir die Folge. Ne? So muss das sein. So, 20, 34, 43, bla bla. Schon. Alter. Find's drin drungen an. Bist du winna? Natürlich werde ich gegen die was unternehmen. Die werde ich für alle verprügeln, aber ich muss erst mal Kampf lernen. So, kommt. 22 Uhr gleich. So, komm. Wir machen Pause und dann beenden wir die Folge und dann schicke ich die Leute los und dann können wir nächstes Mal mal die Festung angreifen. Oh ja, da hab ich Lust drauf. Habt ihr auch Lust drauf? Sehr gut, sehr gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Wir machen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020